Das ist meiner. Ich gehe nämlich jetzt surfen. Erste Surfstunde. Los geht's. Nicht zu vergessen in Neuseeland, was ich gerade fast hätte, ist natürlich die Sonnencreme. Selbst wenn es wolkig ist. Sonnencreme, Sonnencreme, Sonnencreme. So, alles bereit? Angezogen, GoPro. Ich habe jetzt so ein Handgelenk. Handgelenksfestmacht-Ding für die GoPro, so ein Wrist Mount. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann läuft. Die Kamera bleibt jetzt hier. Und ich schalte jetzt auf die GoPro um. Bis nachher. Das Wetter ist so geil. Die Wellen sind perfekt. Vielleicht kriege ich da noch ein, zwei gute Shots hin. Ich glaube, so drei Wellen bisher habe ich ziemlich gut gemacht. Und das will ich jetzt nochmal mit Kamera machen. Auf geht's! Da kommt meine. Meine! Was für eine kleine Scheißwelle. Aber trotzdem geil. Bis zum Strand. Wie cool war das denn bitte? Surfen wird, glaube ich, mein neues Hobby. Es hat so viel Spaß gemacht. Zwei Stunden hat es ungefähr gebraucht. Gut, am Ende hat mich die Kraft ein bisschen verlassen mit dem Paddeln und so. Und ich wurde bisher auch immer angeschubbt. Mal gucken, wie das morgen so wird, wenn ich vielleicht nicht immer angeschubbt wird. Und vielleicht auch ein kleineres Board habe. Weil ein größeres Board bedeutet scheinbar mehr Stabilität. Folglich fällt man nicht so oft ins Wasser, wird aber auch nicht so schnell. Ich probiere morgen vielleicht mal ein kleineres Board und probiere dann auch mal nicht angeschubbt zu werden. Das ist so das Ziel für morgen. Aber wie geil! Das hat so viel Spaß gemacht. Und es ist so unglaublich erfüllend, weil man halt innerhalb von kürzester Zeit Erfolge sieht. Und wenn man auf ein paar Sachen achtet, macht es so viel Spaß. Ah, wunderschön. Und guckt euch auch mal das Wetter an. Heute Morgen war richtig, naja, nicht Scheißwetter, aber es war kühl. Und es waren überall Wolken und jetzt blauer Himmel, Sonnenschein, richtig, richtig warm. Das Leben ist schön! Mission für heute Nachmittag ist, meine Red Show fürs Auto zu verlängern. Red Show ist sowas wie... Wie was eigentlich? Naja, das Auto muss halt angemeldet sein und das muss man neu machen, sobald das abläuft. Da meine Red Show nächste Woche abläuft, muss ich jetzt mal kurz zur Post. Und ich meine, bei dem Wetter ist es auch echt nicht schlimm, kurz zur Post zu laufen, weil es einfach geiles Wetter ist. Okay, guys, time to move on from me. Wanna see that thing finish by tomorrow, okay? Oh, you do it. I'm gonna check it tomorrow. See ya, guys. Oh, yeah, see ya. Bye. In Neuseeland gibt es einfach die nettesten Menschen. Es ist einfach so, wir machen so ein richtig geiles Bild, von Cola gesponsert, malen ich dann so eine Wand und es ist einfach cool, wie die Kreativität in so Surferorten heraussprudelt. Ich habe meine Red Show verlängert, ist jetzt bis 11.06. Darf ich mein Auto offiziell rumfahren? Ist gar nicht so teuer, wie ich dachte. Irgendwie 60 oder knapp 70 New Zealand Dollar. Geht also voll in Ordnung. Ach, was mache ich denn jetzt noch mit dem Tag? Das ist doch scheiße. Ich war noch mal kurz im Hostel und ich habe schon wieder einen kleinen Sonnenbarn im Gesicht. Ich hoffe, dass der nicht allzu stark wird. Ich habe heute dreimal, beziehungsweise eben das dritte Mal mit 50er Sonnencreme eingecremt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch mehr machen kann, um mein Gesicht zu schützen. War es vielleicht Zinkcreme? Ich habe gehört, das ist beim Surfen sehr gut. Aber das ist doch abnormal in Neuseeland. Deswegen jetzt auch noch Mütze, um mein Gesicht noch ein bisschen mehr im Schatten zu bringen. Und auf geht's nochmal zum Strand. Das wird das Abendprogramm. Bis zum nächsten Mal. Schöner Eis am Strand kann ein Tag wohl kaum beendet werden, oder? Für mich heißt es jetzt Abendessen machen, schneiden und dann ins Bettchen. Ich hoffe, morgen wird genauso erfolgreich wie heute beim Surfen und ihr seid natürlich mit dabei. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao.